Hallo, hier ist MTP von ExplodingArt. Willkommen zum dritten Teil von unserem Golden Gate Tutorial. Kümmern wir uns jetzt darum, wo wir nachher unsere Tragseile fixieren an dieser Golden Gate Bridge. Dazu wählen wir uns den Fuß nochmal aus, drücken die Taste Z, um in den Wireframe-Modus zu schalten, die Tab-Taste, um in den Edit-Modus zu schalten, NumPad 3, um die Seitenansicht zu wählen, drücken A, um alles abzuwählen. Dann schalten wir unten auf Vertex-Select-Mode, B für Box-Select, wählen uns die Vertices hier oben aus, schauen nochmal, damit wir alle haben, jawohl, schalten wieder auf 3, also NumPad 3, um in die Seitenansicht zu gehen, drücken E für Extrahieren, Escape, um das Extrahieren abzubrechen, und ziehen uns hier diese Vertices mal ein Stück nach oben. Nun können wir den Wireframe-Modus verlassen, drücken also wieder die Taste Z. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Drücken, gehen wir nochmal in die Seitenansicht, um jetzt noch mehr in die Höhe zu gehen, drücken halt wieder Extrude, Escape. Und nun ziehen wir unsere Säule ungefähr so hoch, das wäre das erste, zweite, dritte Feld. Dann haben wir hier diese kleinen Raster, zwei Raster einfach wieder runter, ungefähr so hoch. Dann S für Scalen, ziehen den etwas runter, damit wir eine Verjüngung haben. Schalten wir mal aus dem Edit-Modus raus, gucken uns die Sache an, jawohl, sieht nicht schlecht aus. Jetzt gehen wir in die Frontalansicht, also über NumPad 1. Edit-Modus, alles markieren. Nun schieben wir unseren Fuß so lang nach links, das war ein kleines Stückchen zu weit, so ungefähr, bis wir mit diesen zwei Kanten hier die Mitte dieser Fahrbahnmarkierung treffen. Wenn wir das haben, drücken wir wieder A, alles abwählen. Wir gehen in die Seitenansicht, diesmal STRG 3, damit wir von der richtigen Seite aus gucken. Schalten nun die Durchsichtigkeit aus, wählen wieder Box-Select aus. So, die drei Vertices, C dazu, dieses Vertices und ziehen diese Vertices so weit, dass sie in das Mesh ragen. So, damit wir da keine störende Kanten kriegen. Wählen alles ab, machen Loop, Cut & Slide, hier oben. Zwei, drei, vier Mal. Sagen mit Enter bestätigen. Scalen das Ganze Z, also SZ, ziehen das etwas zusammen. Schieben unsere Cuts nach oben, ungefähr so. Wenn wir das haben, wechseln wir wieder in die Seitenansicht, schauen wir uns das nochmal an. Okay, A abwählen. Dann wählen wir uns mit Alt, schalten wir unten um auf die Kanten, drücken die Alt-Taste, wählen uns diese Kante aus. Scalen diese etwas nach innen, wieder Alt, diese Kante, ziehen die auch noch etwas nach innen, um dem Ganzen noch eine neue Form zu geben. So, dann gehen wir aus dem Edit-Modus raus. Wir haben damit die Grundbedingungen geschaffen, um nachher hier oben unsere Tragseile zu fixieren. Wählen wir mal unseren Fuß ab, wählen jetzt die Fahrbahn, gehen in die von oben Ansicht, also Numpad 7, Edit-Modus, Loop, Cut & Slide. So, zwei Linien machen, linke Maustaste bestätigen, Scalen, Y, ziehen diese zwei Linien jetzt soweit zusammen, bis sie nahezu hier anliegen, an den zwei Kanten unseres Fußes. Wenn wir das haben, gehen wir jetzt in den Face-Mode, wählen uns dieses Face aus, Extrude, Escape, Ansicht von vorn, extruden das jetzt ungefähr mal so hoch wie das andere ist, wie unser Fuß ist, so. So, abwählen, Tab drücken, abwählen, so, wählen wieder unseren Fuß, Tab für Edit-Modus. Machen nochmal einen Loop, Cut & Slide hier oben, jawohl, ziehen den hier rüber, wechseln wieder in den Face-Mode. So, die ziehen wir ein Stückchen hoch, damit wir hier oben noch eine Kante stehen haben. Wechseln in den Face-Mode, 1, 2, mit Shift festhalten, so. Die drei Faces auswählen, Extrude, Escape, Ansicht nach vorne. Und nun ziehen wir diese Faces rüber, bis wir im Mesh von unserem rechten Pylon oder von der Befestigungssäule sind. Drücken die Taste Z für den Wireframe-Modus, wechseln in die Ansicht von oben, Taste 7 auf dem Numpad. Taste 5, da wird die erste... So, jetzt waren wir in der Perspektiv, so, jetzt sind wir aus der Perspektiv-Ansicht draußen. Ziehen das noch ein Stückchen rein, damit wir auf jeden Fall sicher sind, dass wir im Mesh bleiben. Z-Taste, um aus dem Wireframe-Modus rauszugehen. Tab-Taste, um aus dem Edit-Modus rauszukommen. Ansicht von oben. So, wie wir sehen, diese Vertices hier sind noch nicht so hoch wie die. Also wählen wir jetzt hier unsere Fahrbahn, Edit-Modus, dieses Face anwählen, Ansicht von oben. Ziehen wir das mal ein bisschen rüber, damit wir nicht mehr sehen. Dann gehen wir hier genau auf die Linie. Sagen A, Tab, wählen uns hier aus. Mit C, und dem Mausrad verkleinern, wie hier unsere Auswahl. Bestätigung. Ziehen wir das Ganze rüber. Nun scaleen wir die ebenfalls genau auf die Kante, so. Erst abwählen. So, wählen den Fuß ab. Damit hätten wir fast schon unsere Grundbedingungen erfüllt. Wir wählen jetzt nochmal den Fuß an. Geben nochmal einen Bevel darüber. Damit das Ganze ein bisschen runder wird. Ihr seht jetzt hier auch die Aufnahmen. Die Verbindungspunkte hier werden schön geglättet. Wählen das ab. Gehen nochmal auf die Farbe. So, applyen den Modifier-Bevel. An der Fahrbahn haben wir ja noch den Modifier gewählt. Dadurch, damit wir jetzt nochmal in den Edit-Modus gehen, seht ihr schon, damit unsere Säule, die wir hier direkt aus der Fahrbahn gezogen haben, ebenfalls gebevelt wird. Gehen jetzt auf 0,01. Und applyen das nun. So, damit haben wir die Grundbedingungen für unsere Aufhängungen erfüllt. Nehmen wir nochmal alles ab. Das war es dann für diesen Teil. Und im nächsten Teil kümmern wir uns hier um die Tragseile. Und wie ihr das am einfachsten macht, damit diese Tragseile hier so leicht durchhängend sind. Und wie ihr die senkrechten Tragseile hinbekommt.